Guten Abend, liebe Zuschauer! Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Auch heute habe ich euch wieder einmal ein schönes, kleines Mediabook von Rawside Entertainment, dem Sublabel von Wicked Vision, mitgebracht. Und wie ich es euch beim letzten Video schon angekündigt habe, packen wir heute Mexico Barbaru Teil 2 aus. Der ist seit dem 29.11.2019 in Form von drei Mediabooks im Handel erhältlich. Das Ganze ist wie immer streng limitiert und natürlich uncut. So, dann haben wir auch noch eine Standardversion von Donaufilm. Die ist in der Keepcase-Version am gleichen Tag rausgekommen und die ist diesmal ebenfalls ungekürzt. Aber, ja, wir wollen natürlich das Mediabook sehen und das packen wir jetzt einfach mal aus. So, wie schon der erste Teil bekommen wir hier auch acht Kurzgeschichten von acht unterschiedlichen mexikanischen Regisseuren zu sehen, die miteinander nicht viel zu tun haben, außer dass es um mexikanische Legenden geht und dass das Ganze mutmaßlich ausgesprochen blutig ist. So, wenn ihr jetzt gehofft habt, dass ich in der Zwischenzeit Mexico Barbaru 1 gesehen habe und euch was dazu sagen kann, leider nein, denn ich habe dieses Video oder ich drehe dieses Video direkt im Anschluss. Und damit ihr euch nicht wundert, direkt danach gibt es noch eins, das kommt dann aber im nächsten Video zu euch nach Hause. Wir schauen uns jetzt also erst einmal dieses Mediabook an. Dabei handelt es sich um Cover C und das ist auf 222 Exemplare limitiert. Vorne haben wir, ja, ein paar grauenvolle Bilder und auch die Dame hier hat sicherlich schon bessere Zeiten erlebt. Ich weiß nicht, was mit ihr passiert ist, aber ich werde es bald erfahren, wenn ich den Film in den Player lege. So, dann haben wir auf der Seite draufstehen Mexico Barbaru 2 und wenn wir den daneben den ersten ins Regal stellen, dann, ja, ich hätte es ja schöner gefunden, wenn das irgendwie, es ist natürlich mittig, klar, ja, aber ich hätte es schöner gefunden, wenn das so ein bisschen versetzt gewesen wäre, aber, ja, gut, das ist jetzt jammern auf allerhöchstem Niveau und das steht uns ja gar nicht gut zu Gesicht. Dann haben wir hier oben das Logo von Rawside Entertainment und hinten drauf haben wir wieder, Ui, das ist ja eine Geistererscheinung hier. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Also ich bin sehr gespannt, was da auf mich zukommt. Dann haben wir hier ein paar Szenebilder, die sind schon vielversprechend, wenn ich mir angucke, was hier mit den Leuten passiert. Oh, diesmal sind es sogar neun Regisseure, die euch das Blut in den Adern gefrieren lassen. Da habe ich euch also Mist erzählt. Nein, hier sind also wohl offensichtlich sogar neun Kurzgeschichten. Da hat da sogar eine mehr. Ja, wobei die Laufzeit ist hier mit 87 Minuten angegeben auf der Blu-ray. Okay, der erste Teil, der war 111 Minuten. Das heißt also, dann sind die Kurzgeschichten sogar noch ein bisschen kürzer. So, hier 83 Minuten geht die DVD sogar nur. Der Laufzeitunterschied ergibt sich allerdings aus der unterschiedlichen Bildfrequenzrate. Wobei, wenn ich mir das so angucke, das ist ein ziemlich großer Unterschied. Ich weiß nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er gekürzt ist. Aber ich werde mir das mal genauer ansehen. So, dann haben wir hier natürlich eine Zusammenfassung und hier die Credits. Und hier ist dann nochmal der Hinweis. Cover C limitiert auf 222 Stück. So, und jetzt schauen wir uns das Media Book mal von innen an. So, vorne haben wir die Blu-ray drin liegen. Die holen wir mal raus und schauen uns an, wie das Ganze von innen aussieht. Wie, ach, hübsches Mädel hier. Aber, naja, der Hintergrund schaut schon aus, als hätte sie nicht so tollen Tag gehabt. Und hinten haben wir dann die DVD drin liegen. Und wie immer unterscheiden sich die beiden kaum voneinander. Obwohl, doch diesmal ist die Farbe ein bisschen anders, oder? Auch die Blutschrafur heißt das so. Also hier das Blut, das schaut ein bisschen anders aus, wenn es überhaupt Blut ist. Das könnte auch Rost sein. Auf jeden Fall, hier steht Blu-ray, da steht DVD, da steht Donaufilm, unten steht Rostheit. Ansonsten kein großer Unterschied. So, und auch hier haben wir wieder kein durchgängiges Motiv, wie wir das eigentlich von Wicked Vision gewohnt sind. Aber, es ist ja auch nicht direkt Wicked Vision, es ist ja Rostheit. Wobei, Wicked Vision ist ja, oder Rostheit ist ja von Wicked Vision, ist ja, keine Köpfe spalten oder sowas, ja. Haare reicht. So, hier sehen wir, das sieht aber auch schön aus. Das wäre auch ein schönes Cover gewesen, oder? Also das, achso, ist ja, Cover B. Hier haben wir Cover B. Da haben wir hier also Cover B. Und hier haben wir Cover C. Es fehlt nur noch irgendwo Cover A. Und dann haben wir alles hier im Paket mit drin. Wenn man vor Angst aufhört, dreht sich der Fluch in deine Richtung. Neue blutige Geschichten aus dem barbarischen Mexiko. Auch hier haben wir wieder ein Essay von dem guten Herrn Kellerbach. Liebe Grüße an dieser Stelle von mir an dich. Und, ja, hier werden wieder die einzelnen Episoden beleuchtet. Sehr ausführlich. Finde ich persönlich ganz toll. Das heißt, man weiß schon, worauf man sich einlässt. Weil auch hier ist ja wieder, ha, 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 guckt euch dieses Schwein an, ja. Ja, was hat denn der? Ich kannte mal einen, der hatte auch so eine Nase. Da fällt mir die, wenn ich das so sehe, da fällt mir die Twilight Zone Geschichte ein. Eye of the Beholder. Schön. Oh, hier. Das könnte doch, ist das nicht der Typ, der Taika Waititi? Ist er hier? Ja, das könnte auch, wenn ich mir das so ansehe, das schaut aus wie What We Do in The Shadows. Ja, wer weiß. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was mich hier erwartet. Wir sind auf jeden Fall sehr experimentierfreudig. Sonst würden wir uns das ja gar nicht anschauen. Aber ich finde das schon toll, ja. Ich finde es generell super, dass solche Filme auch veröffentlicht werden. Ganz kurz, hier haben wir die drei Heftklammern, die das Ganze an Ort und Stelle halten. Auch hier wird das schön verarbeitet. Gibt es nichts zu bemängeln. Ja, dass solche Filme auch auf den Markt gebracht werden. Und ich finde das sehr wichtig, ja. Ja, weil diese ganze Mainstream-Kram, gut und schön, ja. Und hat ja auch alles seine Daseinsberechtigung. Aber ich finde hier gerade so diese kleinen Filme, diese Independent-Filme, da gibt es manchmal deutlich, die geben einem deutlich mehr. Ja, weil die haben, die werden noch mit viel Herzblut gemacht. Im wahrsten Sinne des Wortes in dem Fall. Ja, die geben sich Mühe. Ja, man erlebt was. Ich meine, wenn ich den nächsten Marvel-Film im Kino gucken gehe, bin ich zwar auch begeistert, aber ich weiß doch eigentlich im Kern schon, was mich erwartet. Ach, und hier ist es. Haha, das hier wäre dann Cover A. Und jetzt haben wir alle Cover hier drin. Schön. Nee, also wenn ich den nächsten Marvel-Film im Kino gucken gehe, da weiß ich doch, was mich erwartet. Und bei so Independent-Filmen weiß man das eben nicht. Deswegen finde ich es immer wieder schön, solche Titel in den Player zu legen. Die haben das gewisse Etwas. Apropos das gewisse Etwas. So, jetzt hat es geklappt. Das ist auch ja... Fein. Ja, bis hierhin war es das dann auch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Das nächste Mal packe ich euch einen weiteren Raw-Side-Titel aus. Diesmal einen aus Deutschland. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ruhig den Daumen da. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Seid schlau, schaut blau und natürlich bleibt geil. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael Speyer. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!